Verzeihung, Herr Grieser, aber wenn ich jetzt nicht gehe, schaffe ich es auch nicht mehr zum Anpfiff. Sie werden ja wohl nicht umkommen, wenn Sie erste Halbzeit mal nichts sehen, ne? Wir haben abgemacht, viertel vor und jetzt schon viertel nach. Sie sehen doch, wir haben noch einen Kunden. Die Angestellten heutzutage. Ja, das hätten wir uns mal in unserer Jugend erlauben sollen. Na, also bei Barzahlung mache ich Ihnen natürlich einen Sonderpreis, ist ja klar. Außerdem nehmen wir selbstredend Ihr altes Gerät in Zahlung. Ach, brauche ich ja noch 273,24. Ich bin schon seit einer Woche nicht mehr auf Sendung, bloß wenn wir diese albernen Röhren durchgebrannt sind. Herr Walter? Herr Walter! 273,24. Ach, sagen Sie, haben Sie vielleicht ein Sonderangebot? Ein Sonderangebot? Na ja, wir haben ein paar Gebrauchte. Bei meinem Gerät soll ich da vielleicht noch teure Röhren einstecken. Irgendwo müssen noch ein paar Gebrauchte, 273,24 herumliegen. Sehen Sie mal hinten links im letzten Regal nach. Da muss ein weißer Karton stehen. Moment, nehmen Sie die wieder mit. Ja, auf die kann ich Ihnen natürlich keine Garantie geben. Aber ich bitte Sie, ist doch nur ein Provisorium mit meinem Funker wie ich. Der muss einfach mit dem neuesten Stand der Technik Schritt halten. Wie sind denn die Lieferbedingungen? Ja, wenn Sie heute bestellen, dann haben Sie spätestens in zehn Tagen alles im Haus. Den Zodiak, Mast, Richtantenne mit Rotor, Linearverstärker, alles. Das ist alles, was ich gefunden habe. Was kosten die denn? Ja, was soll ich Ihnen da berechnen? Sagen wir zehn Mark? Doch nicht für jede. Also gut, die beiden zusammen. Bitte packen Sie sie ein. Und machen Sie sie schön sauber. Aber sorgfältig einpacken. Tja, also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann notiere ich jetzt schon mal eben. Sagen Sie mal, da gibt es doch keine Komplikationen. Aber die Firma ist renommiert, das Gerät ist fabrikneu. Mit Stempel, Garantieschein und allem. Da kann man sich heute auch nicht mehr drauf verlassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe mir neulich einen Toaströster gekauft, ja? Ja, sechs, sieben, acht, neun, fabrikneu, renommierte Firma, 50, 60, 70, 80, 90, mit Garantieschein und alles. Und als ich ihn einschalte, was ist? Nichts. Zehn Mark. Ich muss Ihnen eins sagen, Sie haben einen Vogel. Ich habe immer einen Vogel. Vorsicht, komm da nicht rauf, sonst legt er runter. Das ist ein Kakadu, ne? Ein Kakadu. Kakadu sind weiß, haben Sie mir erzählt, und haben einen gelben Kamm. Ja, gucki, 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 gucki. Er kennt das Mikrofon nicht so, aber er ist ein ganz zauberhaftes Tier.